Du kannst jetzt 2.000 Euro verdienen. 2.000 Euro. Du musst mir nur eine Frage richtig beantworten. Wie weit fließt Wasser in Minecraft? Acht Blöcke. Nein. Oh mein Gott. Acht Blöcke. Nein. Doch. Nein, zeig's mir. Los. Ein Block, zwei Blöcke, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh mein Gott. Du bist so ein Blöcke. Acht Blöcke. Nein. Was für nein? Nein, 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 nein. Guck, wie viel er bekommt. Ja, Junge. Junge. Ja, Digga. Wahrscheinlich. Ein Wassereimer, oder? Ja, ja, klar. Mannschaftslogik vom Feinsten. Was macht er hier noch? Es sind Milliardenblöcke. Oh mein Gott. Was?